Die einzige halbwegs realistische Möglichkeit für Platz 15 für uns. Und dann Moinsen zu diesem neuen Video. Ich teste ja mal ein neues Setup, so ein bisschen. So ein bisschen vielleicht ein Real-Talk-Setup quasi, einfach weil es ein bisschen schlichter ist, ein bisschen cleaner ist. Und ich kann auch hier sitzen mit dem Mikrofon vor mir und muss sich in der Hand halten, so ein bisschen angespannt. Ja, für Wolfsburg scheint die Wiese ja klar zu sein. Gewinn und Relegation spielen. Ich will trotzdem mal aufs Restprogramm von der Hertha, uns und Bielefeld angucken. Die Hertha, auswärts Bielefeld, zu Hause Mainz, auswärts Dortmund, Bielefeld, zu Hause Berlin, auswärts Bochum, zu Hause Leipzig und wir eben zu Hause Wolfsburg, auswärts Bayern und zu Hause Köln. Also rein vom Restprogramm, wir haben wahrscheinlich als Fans alle schon mal irgendwie den Tabellenrechner angeschmissen, sollte man meinen, dass es auch so bleibt, wie es ist. Berlin auf 15, wir auf 16, Bielefeld auf 17. Aber gehen wir mal an die Alternativen. Denn Bielefeld kann auch noch Punkte holen. Zu Hause Hertha und auswärts Bochum vor allem. Gerade auch, wo Bochum zu Hause eben erst gegen Augsburg verloren hat. Darauf hoffen wir mal nicht, gerade mit dem VfB-Fokus hier. Gehen wir mal die einzige halbwegs realistische Möglichkeit für Platz 15 für uns an, die ich für irgendwie halbwegs realistisch zu erhoffen finde. Auch wenn natürlich, wie gesagt, normalerweise spielen wir Relegation und Hertha macht die 15. Aber wir holen unsere beiden Heimspiele, Wolfsburg und Köln, für ihn gegen die Bayern, ist ja klar. Und dazu darf halt die Hertha nur einen Punkt in Bielefeld holen und gegen Mainz auch nur einen Punkt holen und dazu eben gegen Dortmund verlieren. Dann wäre man punktgleich, hätte 34 Punkte mit Berlin. Aber durch Torverhältnis wären wir vor der Hertha. Bielefeld, wie gesagt, da mal außen vor. Problem ist nur da, zwei Sachen, an denen es scheitern wird. Nummer eins, Mainz ist auswärts fast so schlecht wie Fürth. Ich denke mal, Berlin wird spätestens das Spiel zu Hause gewinnen. Plus, Köln ist bei uns ein absoluter Angstgegner. Gerade wenn wir Heimspiele gegen Köln haben. Wir haben es im Pokal erst wieder gesehen. Und es wird sich wohl noch um Europa entscheiden am letzten Spieltag. Es könnte auch um einiges gehen. Die werden da kein Spiel abschenken. Es ist also ein großes, großes Hoffen. Man ist auf die Schützenhilfe angewiesen. Sonst heißt es Relegation. Und da schauen wir mal in die Zweidiger rein, wer denn da gerade Dritter ist. Aktuell ist das Darmstadt. Die haben auch gute Chancen, diesen dritten Platz zu verteidigen. Das Restprogramm ist recht einfach. Wenn sie ihre Aufgaben komplett erledigen, könnten die sogar noch direkt aufsteigen. Pauli hat ein recht schweres Restprogramm. Die landen vermutlich knapp hinter Darmstadt. Bremen steigt für mich klar auf. Nürnberg kommt nicht mehr ran. Der HSV hat Chancen, weil sie ein einfaches Restprogramm haben im Vergleich zum Rest eben. Da sind sogar drei Siege möglich, weil eben diese ganzen Klubs oben noch gegenseitig sich Punkte wegnehmen. Es gibt viele direkte Duelle noch da oben. Also Chance für den HSV da vorbeizuziehen gegen halt ein bisschen vom Tabellenplatz her einfache Gegner wäre der HSV halt nicht der HSV. Also es wäre ein Wunder, wenn die wirklich drei Spiele am Stück gewinnen. Aber die Chance ist da. Wenn es schlecht läuft, könnte dadurch auch noch Schalke auf drei Runde rutschen. Weil die haben wirklich auch noch ein schweres Restprogramm mit direkten Duellen, die die erstmal packen müssen. Aber wie gesagt, für am realistischsten halte ich Darmstadt, den HSV oder Pauli. Klicken wir schon mal nach vorne auf ein mögliches Auswärtsspiel, Rückspiel. Rein von der Entfernung wäre der Darmstadt am besten. Das ist einfach gut erreichbar auswärts. So wir sind unter zwei Stunden am Stadion. Das Ding ist halt nur da. Auswärtsblock wird recht klein sein. Da muss man hoffen, dass man irgendwie an Tickets kommt über Darmstadt. Sonst geht es nach Hamburg hoch. Das ist eine weite Anreise natürlich. Aber natürlich ein größerer Auswärtsblock. Bei Pauli wäre er so genau in der Mitte so gefühlt zwischen Darmstadt-Kontingent und Hamburg-Kontingent. Hier hätte ich auch einen IC, der direkt aus Ansbach ganz hoch fährt. Also Anreise wäre da auch möglich. Wäre natürlich ein bisschen doof. So Montagabend, wo das Spiel an ist. Nochmal heimzukommen, wird wahrscheinlich auch schwierig. Muss wahrscheinlich noch eine Nacht in Hamburg machen. Aber wäre an und für sich auch möglich. Ich hätte nur absolut gar keinen Bock auf Tim Walter zu treffen und seinen HSV. Weil wir kennen diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Wir wissen doch jetzt schon, dass Tim Walter gegen seinen Ex-Klub VfB mit seinem neuen Klub HSV dann aufsteigt. In diesem direkten Duell. Das wissen wir doch einfach schon. Das passiert immer. Das wären diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Gegen seinen Ex-Verein, gegen uns aufsteigen. Plus auch noch gegen den Trainer, der ihn damals ersetzt hat. Dazu der HSV auch Relegationsmeister. Das willst du nicht. Wie gesagt, ihr merkt hier, ich gehe jetzt nicht krass sportlich auf die Klubs ein. Weil jedes Relegationsspiel wird eklig. Aber HSV hätte ich mal gar keinen Bock drauf. Wir haben ja auch schon mal Relegation gespielt. Gar nicht so lange her. Gegen Union 2019 sind da abgestiegen. Damals hatten wir auch 28 Punkte auf dem Konto. Halt am Ende der Saison. Die haben wir aktuell auf dem Konto. Damals auch mit einem Heimsieg gegen Wolfsburg die Relegation gesichert. Auch damals haben wir lange gedacht, man ist doch eigentlich viel zu gut. Vor allem in dieser Saison davor, siebter Platz. Man ist doch eigentlich viel zu gut abzusteigen. Großer Unterschied. Aber damals war es schon viel, viel negativer, toxischer. Im Umgang Fan mit Spielern und so weiter. In der Beziehung quasi. Das war ein ganz anderes Ding als diese Saison. Das ist eine ganz klare Geschichte. Aber ein paar Parallelen gibt es da schon. Aber ist ja auch irgendwo klar. Beim gleichen Tabellenplatz wird es ein paar Parallelen geben. Das Gute ist, die Ausdruckregel ist weg. Es gibt also keinen Abstieg mehr mit einem 2-2 und 0-0. Also mit zwei Unschieden kann man nicht mehr absteigen. Immerhin. Trotzdem haben wir natürlich keine guten Erfahrungen gemacht mit der Relegation. Da hat, glaube ich, kein Mensch Bock drauf. Ich weiß auch, das Public Viewing-Gefühl. Also Public Viewing-Rückspiel. Und dann das Gefühl, da live abgestiegen zu sein. Mit irgendwie 15.000 in der Kurve. Das war ganz, ganz komisch. Diese Saison wäre das Hinspiel. Heimbrich Bundesligist. Also unser Heimspiel am Donnerstag, den 19. Mai um 20.30 Uhr. Rückspiel, das Ausdruck beim Zweitligisten, am Montag, 23.05 Uhr, 20.30 Uhr. Also wir haben keinen Bock auf die Relegation. Wir haben miese Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, wir haben alle noch weniger Bock auf die 2. Liga. Es führt wohl kein Weg dran vorbei, wenn man ehrlich ist. Wir müssen das wohl angehen. Außer, wie gesagt, meine absolute Wunderhoffnung wird noch wahr. Damit bleibe ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.